Laura Unterner, Köpfsieger 2014. Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist immer ein gutes Gefühl und wir feiern uns sehr auch für die Party jetzt. Heute Abend? Die Nacht wird lang wahrscheinlich heute, oder? Ich habe nicht alles verstanden. Die Nacht wird lang heute, ja. Oh ja, sehr lang. Aber es ist cool. Wir feiern uns. Champagne und alles. Wie feierst du? Bist du ein Party-Tiger? Also, tanzen und ein bisschen trinken und ja, wir alle. Geniesst du es umso mehr, mal ein bisschen Party machen zu können? Weil als Volleyballspielerin kann man nicht so häufig Party machen. Ja, darum, wenn wir einmal Party machen können, wir geben alles.